C508 von Stressor. Vermutlich ist das ein C508. Das hat einen kurzen Schwanenhals mit dem ich das jetzt direkt in das Zoom R8 gesteckt habe und auch die Bordmikrofonvorverstärker, die Phantomspeisung und so weiter von diesem Gerät verwende. Also nichts besonderes. Ich habe einen Abstand von etwa 10 cm. Es sind keine besonderen Dämmvorrichtungen hier im Raum. Also nicht den besten Akustikeigenschaften. Ja, das Mikrofon hat eine kleine Macke. Das ist wohl mal irgendwo draufgefallen, aber das macht dem nichts aus, was den Klang angeht, wie man hört. Und dann danke ich fürs Zuhören und guckt mal wieder rein hier auf den Kanal bei Lesend. Lohnt sich, glaube ich, immer.